Bleiben Sie bis zum Ende des Videos, wenn Sie mehr über das Partnerprogramm von KlickTipp wissen wollen, dann bleiben Sie bis zum Ende, weil ich eine wichtige Warnung habe. Hallo mein Name ist Hugo und in diesem einfachen Video war der beste Weg, meine Aussage über KlickTipp zu bringen, weil ich nicht gerne in Videos erscheinen. Und ich möchte Ihnen mein Zeugnis über KlickTipp bringen, ich habe ein Geschäft im Internet und ich habe viel gelitten, weil ich nicht in der Lage bin, mein Einkommen zu automatisieren, zu Hause zu arbeiten und nachdem ich die Plattform getroffen und unterschrieben habe, kann ich heute fünf monatliche Zahlen machen, es scheint wenig mehr mein Freund, der eine Arztpraxis hat tolle Ergebnisse nach Beginn der Nutzung der Plattform. Heute fühle ich mich zum Zeitpunkt meiner Sendungen mehr organisiert, mit intelligenten Etiketten, es ist eine Menge wert, die Sie investieren, wenn Sie Ihr Unternehmen im Internet nutzen möchten, möchte ich auch eine Warnung hinterlassen, bevor ich meinen Zugang kaufe, am Ende bin ich fast in einen Betrug gefallen, auf Google, so beschloss ich, dieses Video zu machen, die offizielle Website zu verlassen. Wo ich gekauft habe, auf dem ersten Link der Beschreibung. Ich hoffe, dieses Video hilft Ihnen, denn es ist schrecklich für den Betrug fallen und ich werde die offizielle Website in der Beschreibung zu verlassen, das war nur eine kleine Aussage, die wirklich, wenn Sie Ihr Geschäft wachsen wollen, sei es jede Art von Geschäft oder Nische, die Sie handeln auf, Sie können Ihr Unternehmen mit dem Klicktipp-Email-Tour vollständig nutzen. Ihre Fragen in den Kommentaren hinterlassen und dieses Video genießen, wenn es Ihnen geholfen hat. Bis mehr und Erfolg!